Was bedeutet es, als Frau mit Behinderung in unserer Gesellschaft zu leben und zu arbeiten? Welche Hürden und Herausforderungen werden erlebt und welche Schlüsse lassen sich aus diesen Erfahrungen ziehen und ableiten? Um diese Fragen zu beantworten, greifen wir auf die wissenschaftliche Expertise sowie auch auf die persönlichen Erfahrungen von Frau Mag. Barbara Lefz zurück, die an der Uni Graz und der PH Steiermark arbeitet. Ich habe in einem Video für den MOOC Inklusion – Vielfalt als Chance – Grundlagen inklusiver Pädagogik bereits über die Situation von Frauen mit Behinderung gesprochen und Ausschnitte dieses Videos werden nun zu sehen sein. Grundsätzlich sind Mädchen und Frauen mit Behinderung in einer Situation, wo sie eben aufgrund des Geschlechts und der Behinderung häufig intersektionelle und mehrfache Diskriminierung erleben. Das rührt daher, dass bei Menschen mit Behinderung das Geschlecht in der Wahrnehmung der Umwelt oftmals ausgeblendet wird, bei Mädchen und Frauen oft stärker als bei Burschen und Männern. Alles fokussiert auf das eine Merkmal der Behinderung und Gegebenheiten und Bedürfnisse aufgrund des Frauseins werden dann oft nicht wahrgenommen oder ignoriert, mit oftmals gravierenden Folgen für die Betroffenen. Eine der gravierendsten Folgen in diesem Bereich ist, dass Mädchen und Frauen mit Behinderung statistisch erwiesen zwei bis dreimal häufiger von Gewalt betroffen sind als Frauen ohne Behinderung. Mehrfache Ursachen sind dafür verantwortlich, einerseits die Situation in bestimmten Bereichen auf Hilfe und Unterstützung, Assistenz angewiesen zu sein. Weiters leben viele Mädchen und Frauen mit Behinderung in sehr abgeschlossenen Verhältnissen, also zum Beispiel innerhalb der Familie oder in Institutionen mit wenigen Außenkontakten. Weiters steht dahinter natürlich ein sehr abwertendes Menschenbild, also sozusagen eine Geringschätzung des Geschlechts plus der Behinderung, wenn es zu solchen Übergriffen kommt. Und gerade Mädchen und Frauen mit Lernschwierigkeiten erleben auch sehr häufig, dass sie nicht ernst genommen werden, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie über Gewalterfahrungen berichten. Und ebenso gerade im Hinblick auf sexualisierte Gewalt, die da eben auch häufig vorkommt. Mädchen und Frauen mit Lernschwierigkeiten werden oft nur mangelhaft oder gar nicht aufgeklärt. Das heißt, damit fehlt ihnen oft auch die Möglichkeit zu erkennen, wo es Grenzüberschreitungen gibt, oder auch die Möglichkeit, selbst Grenzen zu setzen. Und eine Studie 2015 im Rahmen eines EU-Projekts, die vom Ludwig-Boltzmann-Institut für Politikwissenschaft durchgeführt wurde, kommt zu dem Schluss, dass eben Mädchen und Frauen mit Behinderung Gewalt in allen Lebenszusammenhängen passieren kann. Sowohl in der Familie als auch in der Schule, im öffentlichen Bereich, in Institutionen. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es auch mir manchmal passiert ist, sozusagen Grabschversuche unverhohlen oder als Hilfeleistung gedarnt oder sehr eindeutige verbale Angebote, die dann so implizit mitgeteilt haben, ich muss ja froh sein, wenn mich jemand aufs Kreuz legen will. Das ist absolut demütigend und sehr verstörend. Mir ist aber bewusst, dass ich damit vergleichsweise wahrscheinlich glimpflich davon gekommen bin und dass viele Mädchen und Frauen mit Behinderung wesentlich Schlimmeres erfahren. Und eben dann oft auch vor der Situation stehen, dass sie nicht die Unterstützung bekommen, die sie brauchen würden. Eben, dass ihnen vielleicht nicht geglaubt wird. Oder selbst wenn die Gewaltanwendung erwiesen ist, dass das nicht so strafrechtlich verfolgt wird, wie es möglicherweise bei einer Frau ohne Behinderung der Fall wäre, sondern dass das eher in den pädagogischen, sozialarbeiterischen Bereich verschoben wird. So nach dem Motto, passen sie halt besser auf sie auf. Auf der anderen Seite wird Mädchen und Frauen mit Behinderung sozusagen das Recht auf Partnerschaft und erfüllte Sexualität oder auch auf Mutterschaft vom Umfeld oft nicht zugestanden. Ihnen wird vermittelt, dass sie als Partnerin nicht attraktiv sind und dass sie nicht fähig sind, die Mutterrolle zu übernehmen. Dahinter steht oftmals die Annahme, dass die Behinderung mit einer generellen Bedürftigkeit, Hilfebedürftigkeit, Mangel an Kompetenz, Mangel an Entscheidungsfähigkeit einhergeht. Und dass eben dadurch jemand, der selbst auf Assistenz angewiesen ist, nicht fähig ist, zum Beispiel die Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Da steht das Behindertenbild im krassem Gegensatz zu dem Mutterbild in unserer Gesellschaft, das ja vollkommen überladen mit Verantwortung und Zuständigkeiten ist. Und das scheint eben vielen als nicht kompatibel. Und wie sieht das beim Arbeiten oder Studieren an der Hochschule aus? Also in Bezug auf das Bild einer studierenden oder arbeitenden Person mit Behinderung kann ich einmal vorausschicken, dass jährlich rund 100 Studierende mit Behinderung das Zentrum Integriert Studieren an der Uni Graz kontaktieren. Also Personen mit Behinderung, chronischen oder psychischen Erkrankungen und rund zwei Drittel davon sind Frauen. Jetzt die Herausforderungen und die Barrieren im Studium beziehungsweise den Studienverlauf selber betreffend unterscheiden sich Frauen mit Behinderung nicht von Männern mit Behinderung, sehr wohl aber im Hinblick auf die soziale Inklusion in der Studierenden-Community. Weil viele Studierende sind unsicher, wie sie sich gegenüber Personen mit Behinderung verhalten sollen. Und gerade Mädchen beziehungsweise Frauen mit Behinderung wurden häufig dazu erzogen beziehungsweise werden dazu angehalten, sich zurückzunehmen, eigene Bedürfnisse zurückzustellen, sich anzupassen. Also stärker als das bei Männern mit Behinderung der Fall ist. Und deswegen fällt es ihnen dann oft auch schwer, aktiv auf andere zuzugehen. Bei sichtbaren Behinderungen kommt dann oft dazu, dass medial vermittelte Bilder von bemitleidenswerten, unfähigen Personen oder auch Attraktivitätsnormen oft zum Hindernis für ein unverkrampftes Miteinander werden. Und gerade wie sehr mediale Darstellungen bei der intersektionellen Benachteiligung von Mädchen und Frauen mit Behinderung wirksam werden, hat eine Studie 2017 sehr deutlich gemacht. Und zwar war das eine Studie zur Darstellung von Menschen mit Behinderung in österreichischen Leitmedien von Media Affairs. Und da hat sich gezeigt, dass nur fünf Prozent aller Erwähnungen Frauen mit Behinderung betreffen und deren Darstellung zeigt sie überwiegend passiv und hilfsbedürftig, während Männer mit Behinderung überwiegend aktiv, zum Beispiel im Sport oder als Vertreter von Organisationen gezeigt werden. Jetzt bei Personen mit nicht sichtbaren Beeinträchtigungen haben die Betroffenen selbst oft große Vorbehalte sich quasi zu outen aus Angst vor Ablehnung oder Stigmatisierung. Und das führt dann dazu, dass sie soziale Situationen vermeiden, in denen ihre Beeinträchtigung erkennbar werden könnte. Und ganz generell sind halt viele soziale Aktivitäten im studentischen Umfeld nicht in Räumen oder Bereichen, die für alle Personen barrierefrei werden. Im Vergleich zum Studieren ist es deutlich schwieriger für Absolventinnen im Arbeitsleben Fuß zu fassen. Hier wirken dann auch wieder Stereotype-Bilder von Weiblichkeit und Behinderung und mögliche ArbeitgeberInnen trauen Frauen mit Behinderung weniger Kompetenzen zu als Männer mit Behinderung. Dabei wird aber ganz außer Acht gelassen, dass Menschen mit Behinderung selbst am besten über ihre Möglichkeiten und Grenzen Bescheid wissen und natürlich verantwortlich handeln und dort, wo sie Unterstützung brauchen, sich auch die entsprechende Assistenz holen. Und apropos Assistenz. Personen mit Behinderung, die Pflegegeld ab der Stufe 3 erhalten, können für berufliche Tätigkeiten die sogenannte persönliche Assistenz am Arbeitsplatz oder PAA beim Sozialministerium beantragen. Diese persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ist auch fürs Studium möglich, wenn das Studium eine sozusagen berufliche Erstausbildung darstellt. Studierende, die aber keinen Anspruch auf jetzt PAA im Studium haben oder nur vereinzelt für bestimmte Lehrveranstaltungen oder Tätigkeiten Assistenz brauchen, können diese zum Beispiel an der Uni Graz auch über das Zentrum Integriert Studieren erhalten. Da rate ich allen, dass sie einfach die rechtliche Situation und die Möglichkeiten an ihrer jeweiligen Hochschule checken. Abschließend möchte ich jetzt aber noch darauf hinweisen, dass das Zusammenwirken von Geschlecht und Behinderung nur ein Aspekt möglicher intersektioneller Benachteiligung ist. Gerade im Hinblick auf vielfältige Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung erleben Menschen mit Behinderung oftmals mehrfache Stigmatisierung und zahlreiche Barrieren. Aber auch Aspekte wie zum Beispiel die ökonomische Herkunft, Nationalität, Sprache bzw. ein Aufenthaltsstatus in Österreich in Verbindung mit Behinderung führen häufig zu mehrfacher Diskriminierung. Und das macht einfach deutlich, wie wichtig es ist, Personen niemals nur über eine Eigenschaft oder über ein mehr oder weniger sichtbares Merkmal wahrzunehmen, sondern sie wirklich in ihrer ganzen individuellen persönlichen Vielfalt zu sehen. Oberlin Vielen Dank.